wir schauen uns heute gemeinsam den neuen helden aus der reisefamilie an bevor ich dazu kommen muss ich aber noch kurz zelebrieren ich habe in einer werbung ihr seht 17 minuten ist es her habe ich das erste mal in alpha eta gezogen das ist insgesamt der zweite den vom spiel geschenkt kriegt also abgesehen von den ersten zehn die er kriegt hat und dem einen aus dem eta quest und das nehme ich jetzt zum anlass kurz anzuschauen einen post der im forum aufgetaucht ist und zwar von dem spieler der immer schon voraussagen kann welche helden waren vorgestellt werden und so weiter der das aus dem spielcode heraus liest der hatte die wahrscheinlichkeiten gefunden dass in einer mystischen vision also in einer werbung 0,1 prozent wahrscheinlichkeit dafür ist sprich in jeder tausendsten werbung im schnitt deswegen ist das ein besonderes ereignis das ich gerade gekriegt habe ist ein alpha eta wenn man sich das überlegt ungefähr ist auch wenn jemand sehr regelmäßig online ist und noch ein aufstehen und unter vom schlafen gehen und so weiter dann wird er vielleicht sieben acht werbung einem tag schaffen und wenn man sich das dann ausrechnet dann wieder ungefähr alle vier monate im schnitt einen alpha eta kriegen aus einer werbung und jetzt wollte immer die anderen wahrscheinlichkeiten die da herausgefunden hat noch anschauen also sprich im jahr kann man davon ausgehen dass man im schnitt wenn man so regelmäßig spielt natürlich immer vorausgesetzt dann kann man ungefähr drei alpha eta aus den werbungen erwarten dann gibt es eine wahrscheinlichkeit von 20 prozent bei einer farbkiste jetzt wissen wir das weil die aber wie sie die alpha eta neu waren habe ich die crowd gefragt wer schon eta aus den kisten bekommen hat und ich habe mir doch ein bisschen mehr gehabt zu 30 40 prozent ungefähr von den antworten dieser kriegte und aus eigener erfahrung ich habe einen aus fünf gehabt oder aus sechs inzwischen das bei mei eigene wahrscheinlich würde ja dazu passen aber ihr glaubt ihr pech tatsächlich ist das scheinbar standard und wenn man sich das überlegt wenn man regelmäßig kisten nachkauft dann kann man schon also nicht kann man optimiert es wirklich so so wie wie es halt nur geht und krieg ungefähr ein bisschen mehr als eine pro woche also ich schätze einmal ungefähr 60 im jahr würde kriegen sagen wir vereinfacht 50 im jahr kann man erreichen ohne dass man jetzt ganz extrem das auf die spitze treibt mit dem optimieren das heißt bei 20 prozent kriegt man im jahr ungefähr zehn äther über farbkisten im schnitt jetzt wieder alles bitte kann nicht dass irgendjemand sagt das stimmt ja nicht weil man kann ja glück und pech haben ist natürlich so dann zehn prozent ist die chance bei einem seltenen titanen wenn man sagt ungefähr jeden zehnten tag gibt es einen seltenen titanen dann sind das ungefähr 50 im jahr sind ungefähr fünf alpha eta im jahr von mythischen titanen damit wären wir jetzt einmal bei 18 wären wir jetzt dann kann man ungefähr also dann steht zehn prozent ist die wahrscheinlichkeit bei einer kriegskiste kriegskisten wir kriegen ungefähr alle also ein bisschen weniger als es dauert ungefähr vier wochen ein bisschen weniger so drei bis vierte sagen wir jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen beim anderen in der nähe der spitze der nahrungskette stehen kriegen wir überdurchschnittlich oft an gegner zugloss der deutlich schwächer ist also über verglichen mit der natur allianz die irgendwo im mittelfeld steht aber eine allianz die aus motivierten spielern besteht sprich wo die leutere angriffe nicht verfallen lassen und so weiter ist bei der ist es fast standard dass sie zumindest die hälfte eher mehr als die hälfte der kriege gewinnen weil die die sie verlieren dies hat es an er befinden sie hinten in der reihenfolge soll immer in der rangkiste und bestehen hauptsächlich aus spielern also aus allianzen wo nicht jeder die angriffe macht und wenn man sich das ausrechnet wird das ungefähr darauf rauskommen dass im monat im schnitt eine kiste ungefähr aufgemacht werden kann von den meisten allianzen das heißt zwölf kisten im jahr ungefähr überschlagsmäßig zehn prozent chance sagen wir also einen äther aus kriegskisten nur jetzt haben wir geben es haben wir großzügig schon mal 20 aus solchen quellen übers jahr jetzt kommt dann noch dazu dass bei jeder normalen omega quest also bei net oder weiß nicht wie man sagt ich glaube omega quest sagt man ja also etwa quest wäre ich wie immer ist ein alpha etwa dabei eine solche quest kommt ihm jetzt bin ich hoffe ich sage kein blödsinn alle vier wochen ich sage jetzt vereinfachend einmal im monat kann sein dass alle vier wochen ist das wären dann zwölf dazu das heißt man kann davon ausgehen dass wenn man nichts dazu kauft oder so nach derzeitigem stand wird man so ungefähr sagen wir beim beschwören von den ätherkristallen aber wird immer wieder geschenkt kriegen sagen wir 35 würde man im jahr kriegen sprich dreieinhalb helden oder alle vier monate wird man einfach so einen helden ohne ausgaben auf stufe 90 bringen können das immer fast sicher dass das mit der zeit vereinfacht wird dass jetzt am anfang viel geld machen wollen damit mit den spielern die hat bereits an viel dafür auszugeben und später wird es glaube ich sowohl sowohl gratis ein bisschen mehr geben allein weil irgendwann einmal quest kommen wird bei dem es nur ätherkristalle und alpha äther geben wird zumindest ist es angekündigt keine ahnung ob und wann das kommt und zu kaufen werden die preise sich ja irgendwann einmal wurzeln aber nach derzeitigem stand findet es ganz interessant zu wissen dass ein aktiver spieler davon ausgehen kann ungefähr alle vier monate sagen wir mal zumindest eher ein bisschen öfter einen helden auf also einen fünf stern helden zu breaking doppelt und jetzt gehen wir zum neuen helden ein bär schon fand schon ich hoffe ihr habt das ungefähr richtig ausgesprochen sofern es da richtig gibt dass es den namen wirklich gegeben hat er ist mittelschnell also offensichtlich lieder baller denn nicht so spannend ist aus der reisefamilie sprich es können seine buffs verlängert werden durch durch glück oder wie man wie man sagen soll eine 50 prozentige chance schon mit nur einem helden das ist doch relevant das ist insbesondere bei seinem kollegen bei erlangen schon ziemlich relevant also diese dauer zu verlängern und wenn man mehr helden aus der reisefamilie hat dann erhöht sich nicht die wahrscheinlichkeit sondern die verlängerungsdauer also um ein zwei drei züge habt ihr mit gelesen reduziert das maximale leben des ziels und gegner in der nähe um 800 über vier runden in diesen fertig fahren dann gehe ich die einzelnen fähigkeiten ein der wirker und nahe verbündete stellen 800 verstärktes leben für vier züge wieder her verstärktes leben kann die maximalen lebenspunkte überschreiten das ziel und benachbarte gegner halten muss 24 prozent mana regeneration für vier züge und der wirker und benachbarte verbündete erhalten plus 24 prozent mana regeneration für vier züge also als symmetrischer effekt die gegner werden da wird das maximale legen beschädigt über zeit wird die mana regeneration herabgesetzt und bei ihm selbst und den nachbarn passiert genau das gegenteil verstärktes leben und war nach regeneration hoch wo es in dem zusammenhang immer interessant ist bei helden wo solche zahlen drinnen stehen bei heilung ist es ja nie der fall aber bei schaden ist es oft so dass das abhängig ist vom angriff des helden die sind dem fall nicht der fall wenn wir schauen wir drücken drauf auf gemacht und stufe 90 es bleibt bei 800 und das verstärkte leben bleibt bei 800 also das ist unabhängig von der vom ja davon welche truppe er hat ob einen gut angriffs boost ist sowieso für fähigkeit irrelevant und jetzt wenn man es uns weiter ausrechnen heißt es einfach 200 pro runde 200 heilung pro runde vier züge lang 200 maximale lebensreduktion beim gegner vier züge lang da ist eben die heilung die die der familien bonus interessant zu 50 prozent wird es verlängert auf einen fünften sechsten bis sogar siebten zug das empfinde ich als nicht so entscheidend weil der hält wenn er in der def steht und er ist quasi wird nicht beseitigt oder so dann wieder noch den vier zügen wieder auslösen bzw wenn das ja wenn das läuft mit überheilung und zwar also ich glaube dass das nicht das relevanteste ist ob das jetzt länger oder kürzer entscheidender ist eher dass in welchen schritten das geht pro runde also 200 pro runde ja ich sage einmal okay ja frühere helden wir haben das letzte mal glaube ich gemeinsam gesehen wie das bei greener war das war noch vor jahren war die heilung über zeit mit 612 glaube ich auf vier runden aufteilt das heißt deutlich langsamer und ist natürlich mehr aber ich muss sagen für heutige verhältnisse ist an 200 pro runde jetzt nicht so viel das wird natürlich um ein heilungs bonus erhöht also wenn man eine magier truppe hat eine die truppe eine normale der manner truppe hat ja du hast bei der magier truppe wieder glaube ich auf alle fälle kann man jetzt sagen ja das haben wir 25 prozent ist glaube ich heilig beheilungs bonus bei der magier truppe bei der manner truppe sprich 250 wäre das dann pro runde mit dem bonus ja ich muss ganz ehrlich sagen dass ich mit dem bären ist jetzt noch mehr bär damit nicht so oft schon schon sagen muss fast nichts anfangen kann es ist für mich diese verzögerung dass da wirklich starke effekte eben erst das ist erst über mehrere runden zu wirken beginnt soll ja war erst dann wirklich entscheidend ist damit verbunden dass er selbst nicht allzu schnell das ist nur mittelschnell das mochten für mich einfach überhaupt nicht interessant und jetzt am ehesten würde man sich vorstellen dass die fähigkeit vielleicht das denk recht gut wird es ist bei mir immer ansicht wenn ein held die eigenen helden und nachbarn verstärkt dann ist das normale indiz dafür dass der held am ehesten als denk gut brauchbar ist die begründung ist die im angriff film oft gott ist das betrifft oft heiler das heißt sprich ich rede jetzt hauptsächlich von den heilern redet seit von so jemanden wie kinder der die nachbarn verstärkt oder so das kann man dann eher auch im angriff gut einsetzen aber ein heiler will man ja meistens dass schon alle helden geheilt werden können also dass ein wenig im angriff sicher war in der ursprungsversion und vielleicht teilweise jetzt noch immer war miriam and midnight auch im angriff gut aber generell spricht sowas immer für die denkposition beim gegner und warum jetzt genau denkt das hat nicht nur damit zu tun dass er halt mittelschnell ist und deshalb außerhalb der denkposition er schon zu langsam ist zumindest wenn man von höheren niveau spielt deshalb hauptsächlich damit zu tun dass wenn er nur eine seite stärkt solange das nicht ein ganz unfairer effekt ist so wie bei ludwig dann kann man als angreifer das umgehen indem man sich erst um die andere seite kümmert ja oder wenn der effekt halt gefährlich ist dass man doch auf die seite als erst geht also man kann das vielleicht darum gehen und wenn aber es denkt steht und zum auslösen kommt dann kommt zumindest der effekt der das eigene team betrifft also sein team das vom bären der effekt kommt dann voll zu tragen und jetzt schauen wir uns noch einmal die lebensreduktion an das ist ja was völlig anderes als schaden das kann manchmal mehr wert sein meistens ist es aber weniger wert als schaden weil das wirkte nur dann wie schaden sprich reduziert da die tatsächlichen aktuellen lebenspunkte vom getroffenen ziel hier nur dann wenn sich das ziel noch in der nähe seinem aktuellen maximalen lebenspunkte befindet das heißt wenn der gegner schon anderen schaden kriegt hat dann ja es stimmt weiterhin das maximale leben wird reduziert aber seine aktuellen lebenspunkte bleiben unangetastet davon und das ist auch mit der grund warum vermutlich es denkt eher noch interessant ist als auf einer anderen position weil dann zumindest die reduktion des maximalen lebens oft gleichzusetzen sein wird mit schaden beziehungsweise wenn beides eintritt ist es natürlich besonders es ist natürlich noch stärker als wenn er nur normalen schaden verursachen wird weil man dann beim heilen natürlich nur mit einer überheilung des dem ganzen wirklich gut entgegenwirken kann und wenn man jetzt aber trotzdem als gesamtes im anschaue selbst weil es gesagt habe am ehesten würde ich ihn als denk sehen im angriff jetzt nämlich schon gar nicht weil im angriff will ich nicht so lang verzögerte geschichten haben wir will nicht dass das maximale leben vom gegner runter gesetzt wird und dagegen aber noch lange lebt wenn ich da schon mittelschnellen helden laden will also laden muss also in mittelschnell laden muss dann soll der held wenigstens sofort einen einfluss aufs spiel haben und der sofortige einfluss ist im relativ klein er merkt sie redet es nur über fast nur über heilung und lebensreduktion natürlich macht die mana regeneration sowohl im positiven als auch im negativen sind ein bisschen ein unterschied und beides vor allem die mana reduktion aber schon über heilung und herabsetzen des maximalen lebens kann bei rush wenn man nicht besonders gute rush helden haben vielleicht ein bisschen unangenehm sein aber viel zu wenig unangenehm damit mit der anderen helden dieser gibt also verglichen damit und eben wenn ich mir das anschauen mich wundert dass er nicht irgendwie am schluss noch stärker rauskommen ist weil dann habe ich schon davor wirklich nicht ansprechend gefunden im betatest und jetzt nicht da sind getestet die test da selten aber rein vom durchlesen her und wenn was besonders wirkt dann würde ich vielleicht einmal ausprobieren und also wie gesagt finde ich absolut nicht reizvoll denn schon schon und jetzt noch eine kleine lustige anmerkung dazu ich bin mit dabei freunden in einer line gruppe einer ganz kleinen feinen line gruppe mit guten deutschsprachigen spielern und da habe ich gefragt bevor ich jetzt dieses video gemacht habe ob ihnen irgendetwas positives zum bären einfällt weil ihr einfach sonst sagen wird dass er unbrauchbar ist und dann ist als erstes kommen ja das artwork ist schön da muss ich jetzt einmal sagen darüber dass sie streiten also ich finde das artwork nicht sonderlich schön aber gut ein spieler gesagt das artwork ist schön und dann meine allianz kollege ja hat einen wirklich einen guten positiven grund also was zu ihm sagen zu sagen gehabt und er gesagt das positive ist wenn man zieht muss man keine wappenröcke für ihn verschwenden man muss ihn nicht maxen und kann sie für was anderes aufheben ist natürlich spaß aber ungefähr so sehe ich das auch also natürlich wenn einer fast keine besonderen helden hat wie immer dann ist jeder event hält was tolles und feines aber wer viele hat finden auch überhaupt nicht reizvoll mit der mit seinem special so was ist noch ein portal kakao ist langsam und hat ein mächtiges special als solcher wir da manchmal vielleicht bei rush zum einsatz kommen können davon abgesehen ist sind diese mini und devs zerstört worden dies geben hat im von guten halben jahr sag ich einmal durch diverse nerfs in der familie in der drei königreich familie und dadurch ist kakao nicht mehr interessant ich bin froh dass sie damals keinen dieser helden gehabt habe weil das betrifft mehrere das betrifft ljubay der ist noch der bessere vielleicht aber wenn man schaut sohn kwan betrifft das lubu das waren die besten dev helden vor einiger zeit also vor gut einem halben jahr für ungefähr einen monat und einige haben dafür limit breaks und so weiter ausgeben ich bin froh dass ich das nicht habe also dass ich sie nicht gezogen habe die autoren empfinde ich noch als einen der besten helden in dem portal schneller heiler eine schnelle heilerin ist immer was feines die zusatzfähigkeit da ist ganz nett die das stehlen von boni es gibt halt meistens nicht so viele bonus die man gut stehlen kann ich weiß nicht ob sie das jetzt vielleicht ändern wird mit den alphadons wenn man die autoren durch irgendein glückliches port sehr früh auslösen kann aber in wahrheit sind also mächtig dass es sie dass es sie wirklich rentiert wenn man sie stiehlt also in der theorie sehr feines stehlen in der praxis finde ich ist es nicht so oft einsetzbar weil hätte nicht so viele helden in den devs stehen wo das jetzt wirklich viel bringen wird sehr wohl natürlich falls ludwig in der dev steht ein doppelt geprägt da die schaffen es jetzt wieder dass sie in die dev kommen da ist die autoren so ganz gut dagegen aber halt jetzt eher zufälliges mittel und es wäre schon besser er das sind diese das überleben es immer wieder ich glaube da wir jetzt einfach nicht ein tippo die level 20 fähigkeit von season 1 magiern auf englisch superior jinks ist einfach das mittel der wahl gegen solche sachen und die autoren trotzdem schnelle heilerin interessant nur nicht ganz so stark wie die anderen schnellen heiler diesem spiel gibt die gleichzeitig das man bei anderen beschleunigen und dadurch ich habe eine die autoren war zum glück am anfang der eine hält von den drei königreichen die den ich zogen habe und ich habe sie immer wieder gut einsetzen können aber es ist jetzt bei weitem kein standard kriegs held bei mir so ab und zu wenn teams wenn wenn gegner dort stehen wo ich sie besonders gut dagegen nutzen kann dann kommt sie zum zug natürlich auch beim drei königreich event das ist kurz begonnen hat da kommt es natürlich auch zum zug und ist besonders gut aber ist jetzt ja nicht meiner der allerbesten heiler jetzt ist nur trotzdem wenn man sich die anderen helden anschaut im portal ich empfinde sie jetzt trotzdem noch als zweit bis dritt besten helden den man ziehen kann der top hält für mich ist er lang schön der hat müsste man auch mal anschauen wie herauskommen ist wie ihn vorgestellt habe da ich glaube ich zwar schon auch gesagt dass er gut ist aber ich habe ihn hinter jove und anne gesehen und habe doch dann halt die nächste beste option und in meiner jetzigen vorstellung ist er zumindest auf an niveau mit anne wenn nicht sogar ein bisschen drüber er profitiert stark davon von den alpha etern wo angriff verstärkung dabei hat für sechs züge das heißt wenn er eher mittig steht und zum auslösen kommt passiert das meistens in den ersten sechs zügen und dann ist der schaden extrem also sehr hoher schaden vom special und dann die angriffsreduktion und wenn man irgendwas dagegen unternehmen will gegen die angriffsreduktion hat ein problem nämlich sehr sehr hohen schaden der in dem fall wird sehr wohl skaliert sehr wohl mit dann mit dem aktuellen angriff vom helden und den aktuellen mit mit dem angriff vom helden einberechnet mit den truppen bonus und ein bonus angriff für die def das sind die dinge die mit eingerechnet werden nicht aktuelle also nicht so was wenn er jetzt gerade an manner an deck buster aktuellen drauf hat der erzählt für das untere talent nicht also zum beispiel die angriffs verstärkung zu beginn erhöht nicht den schaden der da unten zurückfügt wird ich hoffe das stimmt so aber so wird es war also muss so sein kurz noch bevor ich das video beendet es werden einige in der früh mitbekommen haben wie es rausgekommen ist dass andere helden vorgestellt waren und zwar schon prognostizierterweise weil das haben einige schon rausgelesen dass das so kommen wird waren die gleichen helden vorgeschlagen also vorgestellt wie beim letzten mal das war er lang schön das war der zweite hält der noch halbwegs erstrebenswert ist königin guo wang und das war schon kann ich bin mir nicht sicher ob er ganz wahrscheinlich sollte mich fast ärgern wenn dass ich das nicht gemacht habe ich habe wegen dem video weil das heißt jetzt aufnehmen ob können habe ich gewartet mit den beschwerungs münzen und immer sorgen er lang schön hätte ich wirklich gerne ich hätte jetzt nicht großartig ausgeben aber jetzt wahrscheinlich an zwei angebote noch kauft wo man drei königreich münzen kriegen kann und hätte zumindest eine chance gesehen ihn zu ziehen die anderen beiden hätten wir jetzt nicht so interessiert das was und waren sowieso nicht und wo wagen hätte jetzt eine so viel nutzen ich persönlich jetzt viele werden großen nutzen von erziehen können ungefähr stunde später ist es wieder angepasst worden und sie haben die jetzigen vorgestellten helden heraus bracht und da sehe ich jetzt überhaupt wirklich gar keinen anreiz eine ziehung zu machen ja aber am anfang doch hier mache ich eine ziehung rein zum spaß aber ihr wüsst nicht wenn ich einen helden davon kriege ich wird nichts damit anfangen können die auto der eine aus meiner sicht gute hält davon den hobbyshire kakaos waren fette brauche ich nicht mehr da gibt es andere auch wenn es nur um langsamen hohen schaden geht und ich würde den bären einfach nicht mit maxen wollen interessiert und von dem her wird es bei mir jetzt dieses mal keine ziehungen geben denn nur jetzt in dem video sondern auch später nicht und wenn aber dass die vorgestellten hätten blieben wären dann hätte ich einerseits eine chance gehabt auf erlang schen und wenn ich kein video machen würde in dem ich dann beschworen hätte dann hätte die beschwerungen in der früh gemacht und mit etwas glück hätte sein können so wie damals bei den ninja beschwerungen wo sie dann die vorgestellten helden geändert haben dass man dann ein refund kriegt und hat seine ressourcen zurückkriegt ist so nicht gegangen ich bin belohnt worden von meinem alpha etter dem sinn wer doch wer glaubt also ehrlich gesagt ich will jetzt gar niemandem viel glück bei den beschwerungen wünschen weil in wahrheit bitte beschwert nicht hebt eure münzen auf es sind im betatest noch keine neuen drei königreich helden drin es werden aber bestimmt für zukünftige events davon welche kommen bei der reisefamilie sondern sehr wenig mitglieder da muss müssen neue kommen ja je nachdem was da kommt es wird das portal irgendwann wieder attraktiv sein aber mit den helden wenn ihnen und wie gesagt die das einzige und das jetzt nicht mehr so ein absoluter mega hält wie sie vielleicht ganz am anfang war gut also bis zum nächsten mal wir sehen uns